Erstmal die Tastatur umdrehen, hoffentlich wirklich jetzt nicht ausversehen beim Tastatur runterwirken, was... Warum? Ja Leute, der Moment, wenn Tobi seine Kohle auf die Tastatur verschüttelt... Und die Tastatur denkt sich dann so, nope, I'm done. Out of nowhere. Annehmen. Ach, Vladimir. Ja, auf Gladys, ich kann ihn mal wieder spielen. Na ja, dann könntest du ihn mal wieder spielen. Mal gucken, wo du hinkommst. Und wieder annehmen. Ich hab sogar einen Skin für ihn. Ich glaub, ich hab sogar zwei. Wow, zwei Skins. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Mit dem Tobi. Oh Mann, das ist doch scherz. Hat wohl nicht so geklappt, wie du wolltest, ja? DJ Zona Radio. Ups, 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 ups. Geh mal freie Musik. Mach ich auch so. Äh, Tab und danach... Willkommen in der Flucht der Beschwörer. Yay, Mucker. Easy. Ich bin ja nicht so mit dem Link. Ich bin ja nicht so mit dem essayer Verkehr und den Schlag. Ich bin doch schon mit dem Ich bin ja nicht so mit den Schlag. Okay, aber das Cartoon. Ich bin ja nicht so mit demım. Ich bin ja nicht so mit dem einiges, man sind da. Ich bin ja nicht so mit dem Schlag. Ich bin ja nicht nur mit dem Ballen. Ja, weil die kannst du ja mit den Puppen ziemlich solo machen. Ich weiß. Ich mag es aber Red danach zu machen in der Level 2 Gank Mitte. Befürworte ich, ja. Angenommen. Ähm. Ich habe nur eine Fähigkeit mit Projektil. Er ist so gefickt. Thank you. So, Red stirb. Passiv kann ich hin. Ich geh mal noch schnell Blue machen, okay? Wenn ich mal an, dann bin ich sofort Mutter. Danach klatschen wir den, ja. Diese Mucke, ne? SS. Und Drop the Bass. Wollt mich wahrscheinlich in Waden bei deinem Red. Ich bin nicht. Denkst du? Mach ich. Was machst du? Ich darf vom Farm her. Ich kann kommen. Kannst du mal bitte gucken, was er für einen Farm hat? Top lane, top lane, top lane. Ja, ja. Kannst du gucken? Ja, so, H10. Ich dachte, ich bin so viele Minions greifen an und mein Auto tut so langsam. Ich glaube, ich bin so viele Minions greifen an und mein Auto tut so langsam. So, fängt schon mal gut an, ja? Es ist blöd. Tobi macht auch Ficarino. Der herrscht mich ganz schön hart, du. Ich glaube, andersrum. Ich weiß nicht mal, Graeme, also halt sie treffen. Feierabend. Geh einfach, äh, Farmen. Ich geh mal, Counter, äh, Counter Jungle. Ich weiß nicht, wie ich gerade seinem Hochwerfen ausgewichen bin. Was, da? Die Top lane. Was? 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 Ich weiß nicht, das war low. Ja, aber das war so richtig low von mir. Alter, hab ich's gefehlt, ey. Ich hab keinen Flash. PSG. LOL, er flasht für dich. Fuck my life, ich bin so am Arsch. Oh, mein. Fucking gosh. Sorry. Oh, nice. Ich lebe es gerade noch. Ich weiß nicht, wie ich's geschafft habe, aber ich hab's geschafft. Patrick, läuft in Marathon. Einmal um die Welt. Der war echt geil. Einmal um den ganzen Jungle getrun. Eigentlich müsstest du gegen den voll gewinnen. Ich war immer noch nicht back, ne? Und du? Er hatte mich am Anfang auf ca. 100 Leben runter. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich war nicht back. Ich weiß, ich hab's gesehen. Da hab ich dich zugegangen. Ja. Er ist Top lane. Wo die ist, hab ich keine Ahnung. Wer ist denn Top? Shine. Mitte hat, äh... Shine ist Bot lane. Ich bin full. Ich bin full. Ich bin full. Der Master Yi kommt in eine Richtung. Er ist hier irgendwo. Er ist im unteren Jungle, ne? Das ist weiß. Er wird gleich mitgekommen. Oder ein Bot. Ich glaube er wird. Ja. Also an seiner Stelle würde ich jedenfalls nicht Mitte gehen. Da ist er. Ich habe jetzt einen Gunblade. Ne, Revolver. Gunblade wäre okay. Ja. Als nächstes Sonias habe ich gehört. Bei Minute 8, Gunblade? Und. Habe ich gesagt. So. So. Los da. So. So nice. Sie kommt halt echt Mitte. Damit hier nicht ausgepusht wird. Beim Gegner. Was für dich als zweites hoch? Warte. Deine Q. Danach deine. Ja. Diese komischen Stack Sachen. E. Und das ist die E. Ja. 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 Der hat mich gegankt. Schade, dass du das gesagt hast. Hat nicht aufgepasst. So. Du bist auch. Ist mein Fehler. Und das habe ich noch ein bisschen damage auf ihn gemacht. Wurde ich mal bitte nicht. Lass sie einfach laufen. Die Minions. Ich mach nur lastig. Ja. Lastig noch gegen. Ganz halb über mich gegen. Oh komm. Ich mach mal bitte die Krabbe. Wir haben King Ryd ins Deck. Ach so. Ich mach mal bitte die Krabbe. Wir haben King Ryd. Auf verarschuht. Ach so. Ich mach mal bitte die Krabbe. Wir haben King Ryd im Stack. Ach so richtig. ich konnte meine ulti nicht mehr aktivieren mach die beide ja es war sehr groß mein fehler sehr sehr groß das ist der erste fehler und mann ich stehe 13 ich stehe 31 alles gut alles gut alles gut diese musik ding 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 ich mag die nicht doch aber besser als die lolmusik ich finde die lolmusik besser zum konzentrieren ich werde schon wieder gegangt jumpy 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 jump hast ne assist mittlerweile ist es richtig babysit komm ich bleib jetzt auch in der Mitte und babysitte richtig hart der hat mich noch nie im eins gegen eins geholt der ja so ja ich werde jetzt was müssen wir schlaupt der feiwold egal auf jeden fall werde ich jetzt mal hier mit der der wir jetzt ein bisschen bleiben ja 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 gott er kriegt was ist nur steil von hatte ich kommen sehen sonst hat man ihn so hart gefickt da habe ich echt gesehen jetzt bin er ja nicht weggegangen bevor du angemessen hast soll ich noch mal kommen ja ich bin schon ein bisschen raus 2 level behind ich glaube er ist hier in der Wardkinder ja ich glaube er ist hier in der Wardkinder beton hat wohl gegankt ich bin noch nie Was ist das? Du gehst AD, oder? Ja. Dobi lebt gefährlich. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, dass er auch G ist. Ja, ich auch. Dobi, Fütze. Wie läuft? Das ist Morgana. Lass mich mal ein bisschen hochsteilen. Der hat mich noch nie 1v1 gemacht. Auch immer seinen Scheiß. Holen, Freund. Storben, rumlecken. Ich bin noch nie 1v1 gestorben. Ich bin noch nie 1v1 gestorben. Viermal war G dabei, einmal war Shen dabei. Dein Pumpe kommt gleich. Ich weiß nicht. Wollen wir ihn auch holen? Wie läuft's? Wie läuft's? Ja, ich bin noch. Ich lasse den. Go, go, go. Ich komme Tobi. Leid. Der Nasus. Da pushen. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Wollen wir die Klappe machen? Wir müssen mal gucken, welche kommt. Wahrscheinlich ja. Die könnte kommen. Glaubst du, der kommt? Lass mal etwas pushen. Dann können wir den da machen. Ja. Warte, ich gehe mal. Pushe dich mal aus. Ich habe 5 verboten. Ich gehe mal, dass ich die Autograda. Ich gehe mal aus. 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 Rothhilfe? Pushe. Ja, ich gehe mal aus. Vielleicht habe ich transportation gemacht. Kein Kommentar. Ex 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 ex. Eines dude. Wollen wir ihnmanschauen? Ich hab nicht auf die Map geguckt, ich hab nicht auf die Map geguckt. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, das ist doof. Er verspricht mich allein dadurch weg, dass er da ist. Oh, er ist weg. Oh, die Ulti. Das? War doch haf? Zumindest das, Alter. Scheiße. Was ist das Problem, Sir? Ich hab schon. Oh, Mann. Zumindest hast du den da bekommen. 500, ne, 150 Gold. Ähm. Alter. Ich war ne Weile nicht in der Base. This was really a big mistake. Was ist Busch? Das ist gut. Oh, 4 Minute, 21 hat er wenig Stacks. Oh, Scheiße. Er hat einen Dragon gemacht. Lol, er macht locker G. Ähm, ist er? Echt? Er healt sich mit seiner Q 200. Ey, guck mal auf seine Items. Ja, ich seh's. Er hat nix. Wie viel Farmer hat er denn? 170 Farmer. Kann nicht farmen. So, er hat zur Reihe so gemacht. Okay, er kann ich das. Okay, er kann ich das. So, er hat zur Reihe so gemacht. Dann bin ich nicht mehr hinschuldig. Eeeeh, heeeeh. Hast du gesehen? Äh, schade. Ich hab sie, äh, keine Ahnung, sie hat eine Hälfte Leben. Sieh, weg. Und jetzt mach ich den C auch. So, wasser nicht? Ich glaube ich werde für dich gedifet. Ich komme ich komme ich komme. Was ist ein Tower? Was ist ein Tower? Sterben. Der ist sick. Ich habe Q gedrippt. Er ist nicht gesprungen wegen meiner Chakopuppe. Ich bin voll gebuckt. Ja, jetzt kann er pushen. W und Sonya ist bereit. Ich sterbe nicht. Okay. Ich mache den Typen einfach keinen Schaden. Obwohl ich so viele Items habe. Oh oh. Bitte. Ich sag sie. Sonya hat mir einen Mana. Ich bin auch weg. Ich hab' die He Glory. Ich hab' ihn geklitten. Ich hab' ihn noch wieder gefunden. Ich hab' die Stimmen mit einem Schaden. Wieso gibt's noch keine Stimmen? Nein? Ich hab' den Kaupl-Kaub. durch alle durch zum jahr ich komme ich komme Ich, äh, bin mal die Minions hier. So. Geh mal da hoch, Jungle Monster. Jo. Das ist kein Jungle Monster mehr, das ist, äh, Burn. Jungle Monster. Ich werde die Größe weggegeben. Alter, warum... Das ding mich an. Was kriegst Mike? Ich hab ganz weit, ich kann nicht ran. Haben wir Glück. Ich hab gesagt, dass ich ganz weit habe. Ich hab gesagt, dass ich ganz weit habe. Drake? Würde ich mal sagen. Besser. Und sie weg. Oh, schau. Oh, und sie weg. Na, du hast was? Sulti. Sulti. Rao. Der Schaden. Die Dragon Maschine. Ähm, okay. Vorsicht, die. Alles gut, ich hab eine Q. Da. Also. Ich glaub, die Kindred Ulti hat die gerade gerade durchs Schiff. Ich hab nicht genau gesehen. Ja, ist schlecht. Der Mann, der Mann, der Mann, der Mann wurde getötet. Ja. Alter, ich hab mich so hart hoch, ne? unnormal jetzt sogar noch mit geistessicht dann immer grace of the sin eq der zunias die leute tun das ist auch noch besuchen All of nowhere. Shark of Cena. Scheiße. Schenk den Tower. Mit dem Morgana hin. Bis hier glaub ich angenommen. Dieses Lachen da so im Hintergrund. Schenk den Tower. Machst du einen Bot Farm? Ja. 4 4 4 0 1 nicht 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 keine gute idee keine gute idee repp 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 zonias war gerade am abkommen meine kuh kam gerade wieder, Ignite war ab, Ulti kam gerade wieder ja alles drauf geht Strafe repp 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 Was ist jetzt mit der Deffen? Wir haben gerade alle Map-Control verloren haben. Einen über Drake, äh, die macht Party. Nicht hinterher, nicht hinterher. Jetzt schon. Oh nein. Nein. Toll. Ich muss mich kurz hoch rein gehen. Patrick, beeil dich. 30 Sekunden bis Dragon. Okay. Und deren Jungler ist noch down, wenn er spawnt. Ja, aber auch erst aufm Weg dann. Also Jungler und Dragon spawnen gleichzeitig. Ich mach wieder Ulti und dann rasche ich den, okay? Jo. Mach mit. Okay, go, go, go. Okay. 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 Ich wollte es Blumen machen. Und raus den? Ja, aber ich wollte ihn machen bevor ihn jemand anders kriegt. Wollst du ihn dir? Ja, ich folge ihn jetzt. Sona kann ihn haben. Wo ist es nicht? Ja, ne Mission. Bitte, bitte, bitte. Y ist beim Dragon dann, ja? Bambi. Ähm. Haben sie ein Damage gesehen? Ne, Jammer. Den Nash machen eigentlich. Aber wir pushen. Pushen. 30 Sekunden haben wir. Und wir haben zwei Leute, die Tower tanken können. Ah, der mir zückt mich. Haben wir noch einen Tower? Ja, einen schaffen wir. Den rechten, den rechten. Wir pushen weiter. Wir banen das jetzt. Ich bin einfach rüber gespürt. So. Leute, ja? Report. Report. So, das war mal wieder eine Jungle Action. Ja, mit Chaco. Das hat uns sehr Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Er zwingt mich dazu. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.